Liebe Kolleginnen und Kollegen der hessischen Landesbahn, wir stehen solidarisch hinter euch. Wir drücken euch die Daumen für euren Arbeitskampf. Der Gesamtbetriebsrat der DB Netz AG, alles Gute. Die zentrale Fachgruppe Lokverdienst der EVG steht fest an eurer Seite und unterstützt euch, wo sie kann für euren Arbeitskampf. Haltet durch und gemeinsam schaffen wir das. Wir sind eine EVG. Die HLB ist Teil unserer Bahn, Teil unserer Eisenbahnerfamilie. Ich als langjährige Mitarbeiterin der DB Fahrzeuginstandhaltung unterstütze die Forderungen der HLB und wünsche den Kolleginnen und Kollegen viel, viel Erfolg. Gutes Gelingen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir senden euch heute solidarische Grüße von den Kolleginnen und Kollegen der Bayerischen Oberlandbahn, aber auch viele in E-Betriebe. Bleibt stark, kämpft weiter für euren Tarimvertrag. Gebt nicht auf. Wir sind an eurer Seite. Und meine Erfahrung ist, dass man gemeinsam stark sein kann, wenn man sich zusammenschließt, wenn man zusammenhält, wenn man sich untereinander und gegenseitig unterstützt. Und was natürlich wichtig ist, das ist auch das Motto der EVG. Wir leben in Gemeinschaft. Und deswegen an die hessische Landesbahn, an die Kolleginnen und Kollegen dort, die gerade einen Arbeitskampf kämpfen, sehr hart kämpfen. Wir unterstützen euch. Wir sind bei euch. Wir sind solidarisch. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann stehen wir auch da und helfen auch mit Rat und Tat. Wir als EVG stehen hinter euch. Wir sind ja von der WIAS. Das wisst ihr ja alle. Und wir erklären uns solidarisch mit euch. Und wir machen zusammen ein riesiges Ding. Und euren Arbeitgeber kann und den Tarifvertrag abschließen. Grazie mille. Geht an den Verhandlungstisch zurück und macht mit uns einen Tarifvertrag. Dann wird es eine ähnliche Bereitschaft von Sie, nämlich der EVG. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.